ja mir geht es nicht ganz so gut aber wir haben gerade die möglichkeit 33 booster obsidian flames auch zu machen ich hoffe das geht einigermaßen mit dem mikrofon bis morgen zu fixen ich habe den premium pass mir gekauft von meinen eingelösten codes und es sind 33 booster dabei ich möchte nur meine booster aufmachen bitte okay anscheinend kommt das video später weil es gibt server probleme ich probiere es nachher noch mal aber ihr könnt gerne mal feedback da lassen bezüglich der tonqualität einigermaßen passt auch von der lautstärke her das öffnen wir nachher alles zusammen sobald es funktioniert von daher bis später